Im Moment ist das hier mein Zuhause. Ich studiere Medizin und brauche einen ruhigen Ort zum Lernen. Meine Wohnung ist hell und freundlich und niemand stört mich da. Ich habe ein Zimmer mit Bett und Schreibtisch, ein kleines Bad und eine richtige Küche. Ich koche sehr gern und ich finde es gut, dass ich die Küchentür zumachen kann, wenn ich will. Ich kann alles stehen lassen, wenn ich zu müde bin zum Spülen. Ich bin Maler und illustriere Kinderbücher. Weil ich zu Hause arbeite, brauche ich viel Platz und viel Licht. Vor drei Jahren habe ich mit meiner Freundin zusammen für wenig Geld eine Etage in einer alten Fabrik gemietet. Ein einziger großer Raum. Wir haben alles selbst renoviert und jeden Winkel geplant. Die meisten Möbel sind weiß und Wände und Fenster haben wir auch weiß angestrichen. Küche, Bad und Schlafraum haben wir abgetrennt. Endlich hat es geklappt mit der neuen Wohnung. Wir haben fünf Monate gesucht, bis wir diese Wohnung gefunden haben. Sie ist groß genug für uns alle. Mitten in der Stadt und trotzdem nicht zu laut. Und die Kinder sind in zehn Minuten zu Fuß in der Schule. Mir gefällt besonders gut, dass die Häuser in unserer Straße bunt sind. Das ist nicht so langweilig. Unser Haus ist gelb. Meine Lieblingsfarbe. Und wir haben sogar einen Balkon. Er ist ziemlich lang und breit genug für einen Tisch und fünf Stühle. Wir können also draußen essen, wenn das Wetter schön ist. Und Blumen und Küchenkräuter haben wir auch schon gepflanzt. Eine Einladung Andreas? Hast du die Karte gesehen? Petra und Uwe heiraten. Petra und Uwe heiraten? Wirklich? Ist das wahr? Warum nicht? Petra möchte schon lange gern ein Kind. Und sie lieben sich. Petra ja, aber Uwe. Das kann ich nicht glauben. Ach komm. Ich freue mich. Uwe ist wirklich nett. Ich finde es toll, dass sie heiraten. Ich ja auch. Aber Uwe, das kann ich fast nicht glauben. Und wann ist das fest? Moment. Hier steht am 27. Juli. Das ist der letzte Samstag im Juli. Bist du sicher, Gabi? Am 27. Juli? Ja, warum? Weil ich hier für den 27. Juli noch eine andere Einladung habe. Von Technodata. Zehn Jahre Firmenjubiläum. Am gleichen Tag? Das ist aber blöd. Was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht. Du kennst doch Frau Bayer persönlich. Vielleicht könntest du sie mal anrufen und... Was planen Petra und Gabi? Petra Wolf? Hallo Petra. Hier ist Gabi. Wir haben eure Einladung bekommen. Und da wollte ich dir sofort gratulieren. Danke Gabi. Das ist lieb von dir. Ich habe mich so gefreut, weißt du? Ich komme sicher. Aber Andreas hat noch ein Problem. Er würde auch gern kommen. Aber er hat noch eine andere Einladung. Technodata feiert Firmenjubiläum. Ach nein. Wirklich? So ein Mist. Ja. Wirklich blöd. Aber er sucht noch eine Lösung. Ich hoffe natürlich, dass wir beide kommen können. Aber sicher ist das noch nicht. Hoffentlich kann er kommen. Du, Gabi, noch etwas. Ich würde mir gerne ein schickes Kleid kaufen. Hättest du nächste Woche mal Zeit? Kommst du mit? Ja klar. Das mache ich gern. Wir könnten in diese Boutique in der Hussenpassage gehen. Wann hast du Zeit? Im Moment immer. Super. Montagnachmittag würde mir gut passen. Passt mir auch. Also, dann bis Montag. Ich hole dich ab. Einverstanden. Bis Montag. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Festvorbereitungen. Festvorbereitungen. Gabi, könntest du mal kommen? Meinst du, das geht so? Ach nein. Andreas, bitte nicht. Willst du wirklich so zu einem Fest gehen? Warum nicht? Es ist Sommer und warm und... Das passt doch nicht zu einer Hochzeit. So kannst du nicht mitkommen. Petra und Uwe heiraten in der Kirche. Das ist ganz formell. Verstehst du? Was soll ich denn anziehen? Du könntest das dunkle Sakko nehmen und dazu die gestreifte Hose. Und welches Hemd? Das dunkelblaue natürlich. Und vergiss die Krawatte nicht. Die Krawatte? Ja, sicher. Am Abend beim Tanzen kannst du sie immer noch ausziehen. Andreas, findest du, dass die Schuhe zu dem Kleid passen? Super. Das sieht toll aus. Findest du wirklich? Und die Ohrringe? Die passen sehr gut. Du siehst super aus. Kompliment. Danke. Komm, dann gehen wir. Und das Geschenk? Hast du das Geschenk schon eingepackt? Ja, das liegt schon unten im Wagen. So, dann wollen wir jetzt auf ein gutes neues Jahr anstoßen. Ja, komm Eva. Zum Wohl. Ein gutes neues Jahr. Danke gleichfalls. Zum Wohl. Konrad, ein gutes Jahr wünsche ich dir. Viel Glück in deinem neuen Job. Danke, ich kann's brauchen. Erich, dein Glas ist leer. Möchtest du noch Sekt? Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Petra. Zum Geburtstag viel Glück. Auf dein Wohl, Petra. Alles Gute, Petra. Herzlichen Glückwunsch, Petra. Das ist für dich. Das hat Gabi gemacht. Oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Osterhaas, 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 komm mal her, ich sag dir was. Hopse nicht an mir vorbei, bring mir ein großes Osterei. Jubiläumsparty. Das sind die Fotos von der Nordsee und hier habe ich noch ein paar Fotos von der Jubiläumsparty. Das war letztes Jahr im Sommer in Lindau. Ein tolles Fest. Wer ist denn die Frau mit dem roten Kleid? Meinst du die Angelika, die mit den Ohrringen und den dunklen Haaren? Nein, die mit dem Halstuch und den blonden Haaren, die so lacht. Ach so, die Frau Kummer. Das ist die Assistentin von der Chefin. Und die Chefin? Ist die auch drauf? Ja, das ist die Frau daneben, die mit der blauen Jacke und der weißen Bluse und der Halskette. Trinkt Orangensaft, seriös wie immer. Und der Mann da? Der mit der Krawatte? Nein, der mit der Brille und dem dunklen Hemd. Bruno heißt er. Er ist Grafiker in der Computerabteilung. Sieht nett aus. Finde ich sympathisch. Ja, finde ich auch. Ich habe den ganzen Abend mit ihm getanzt. Wirklich? Das hast du mir gar nicht erzählt. Andrea Studer Ich bin Andrea Studer. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Bern. Ich bin ledig. Ich arbeite als Laborantin bei einem Pharmabetrieb. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht. Die hat vier Jahre gedauert. Dann war ich drei Monate in England. Da habe ich richtig gut Englisch gelernt. Die Arbeit hier gefällt mir. Aber ich suche trotzdem eine neue Stelle. Ich möchte mehr mit Menschen arbeiten, denn ich mag den Kontakt. Meine Hobbys sind Schwimmen und Konzerte. Vor allem Open-Air-Konzerte im Sommer. Ich reise gern und interessiere mich für fremde Kulturen, besonders für Asien. Und das habe ich noch niemandem gesagt. Ich bin frisch verliebt. Mein Name ist Milan Czapek. Ich bin 24. Ich komme aus Tschechien und wohne seit zehn Jahren in Hamburg. Ich bin mit meinen Eltern von Prag nach Hamburg gekommen, weil mein Vater hier Arbeit gefunden hat. Meine Mutter hat sich nie richtig wohl gefühlt hier in Deutschland. Ich habe an der Fachhochschule für Informatik und Technik studiert. Dann hatte ich großes Glück. Ich habe gleich nach dem Abschluss eine Stelle bei Siemens gefunden. Da arbeite ich heute noch. Und privat? Ich bin geschieden und habe eine Tochter, die zwei Jahre alt ist. Ich sehe sie oft. Eine Woche lebt sie bei mir, eine Woche bei ihrer Mutter. Das geht gut. Meine Hobbys sind Fußball, Sprachen und Kunst. Ich gehe auch gern ins Kino. Und das habe ich noch niemandem gesagt. Ich bin verliebt, aber sie weiß es noch nicht. Eine Durchsage verstehen. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie im Intercity Express 183 von Stuttgart nach Schaffhausen, Zürich-Kur über Horb, Tottweil, Tullingen, Singen. Planmäßige Ankunft in Zürich um 14.50 Uhr. In Zürich haben Sie Anschluss nach Basel oder Bern. Dieser Zug verfügt über ein Bordbistro. Dort finden Sie Erfrischungen und Verpflegung ganz nach Ihrem Geschmack. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Wie bitte? Was hat der gesagt? Nach Singen? Zürich? Chur? Ich will nach Karlsruhe und von da nach Bern. Ich glaube, ich bin im falschen Zug. So ein Mist! Entschuldigen Sie, wo fährt der Zug hin? Sorry, I don't speak German. Pech. Und Andrea, was soll ich jetzt machen? Ich rufe Sie einfach mal an. Hallo, hier ist der Telefonbeantworter von Andrea Studer. Ich bin im Moment nicht zu Hause, aber ich freue mich auf Ihre Nachricht. Danke und bis bald. Zwei Geschichten Milan erzählt So was Dummes. Da bin ich am Freitag in Stuttgart doch wirklich in den falschen Zug eingestiegen. Das war eigentlich kein Problem, da die beiden Züge fast zur gleichen Zeit in Bern ankommen. Ich habe gedacht, Andrea merkt das schon. Als ich in Bern angekommen bin, keine Andrea. Ich habe gewartet und gewartet. Ich habe mindestens eine halbe Stunde auf einer Bank gesessen und habe links und rechts geschaut. Keine Andrea. Nirgendwo. Was sollte ich machen? Blöd. Sie ist vor kurzem umgezogen. Ich wusste nicht, wo sie wohnt. Ich habe nur ihre Telefonnummer gehabt. Dann habe ich sie angerufen, aber sie hat nicht abgenommen. Schließlich musste ich in einem Hotel übernachten. Zum Glück hatte ich meine Kreditkarte dabei. Am nächsten Tag habe ich Andrea dann noch einmal angerufen. Wo bist du? Hat sie gefragt. In Bern. Sie war erstaunt, dass ich schon da war. Sie hat gefragt, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Wir haben uns dann beim Bundeshaus getroffen und einen schönen Tag miteinander verbracht. Andrea erzählt. Milan ist endlich in Bern angekommen. Ich konnte es kaum erwarten. Er ist aus dem Zug gestiegen, hat gelacht und wir haben uns umarmt und lange in die Augen geschaut. Ich habe ihm dann die Stadt gezeigt und wir sind stundenlang durch die Stadt spaziert. Er hat immer seinen Koffer fest in der Hand gehalten. Ich durfte ihn nie tragen. Ich weiss nicht, warum. Als wir todmüde waren, sind wir in ein Café gegangen und haben erzählt und erzählt. Die Zeit ist vergangen. Wir haben nichts gemerkt. Plötzlich war es spät und er hat gesagt. Und du mit deinen Vorschlägen? Was machen wir jetzt? Wir haben überlegt. Ins Kino gehen oder tanzen. Am Schluss habe ich gewonnen. Wir sind in eine Disco gegangen und haben die ganze Nacht getanzt. Guten Tag, Herr Schmidt. Hier spricht Marco Scherer. Wie abgemacht, komme ich morgen um 16 Uhr bei Ihnen im Büro vorbei. Wir haben zwei Stunden geplant, wenn ich mich richtig erinnere. Leider kann ich nur bis 17 Uhr bleiben. Können Sie bitte Frau Pfister informieren, dass sie auch an der Sitzung teilnimmt? Ich danke Ihnen und bis morgen. Guten Tag, Frau Meinking. Da ist die Christiane Maurer von der Buchhandlung Bücherwurm. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Bücher, die Sie bestellt haben, angekommen sind. Wir haben morgen Samstag bis 18 Uhr offen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Die gewünschte Nummer lautet 2, 3, 6, 8, 7, 1, 0. Die Vorwahl lautet 0, 6, 3. Wünschen Sie weitere Informationen, bleiben Sie bitte am Telefon. Unser Museum ist vom 19. Dezember bis 6. Januar geschlossen. Wiedereröffnung 7. Januar. Die Öffnungszeiten im neuen Jahr. Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag 10 bis 21 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hallo Bernie, hier ist Marc. Danke für die Einladung für heute Abend. Leider kann ich nicht kommen. Ich habe meinen Spanischkurs. Wie sieht es morgen bei dir aus? Dann habe ich Zeit. Ich bin ab 17 Uhr frei. Ruf mich auf meinem Handy an. Oder schick mir eine SMS. Tschüss. Hier ist die Zahnarztpraxis Dr. Schweiger. Sie haben bei uns morgen einen Termin um 16.30 Uhr. Ich wollte Sie fragen, ob Sie den Termin verschieben könnten, da Dr. Schweiger morgen dringend weg muss und deshalb niemand empfangen kann. Geht es bei Ihnen nächste Woche? Rufen Sie uns bitte an unter der Nummer 091-887-4400. Danke und auf Wiederhören. Und hier noch die Staumeldung von 15 Uhr. Am Grenzübergang St. Margareten, Ausfahrt nach Österreich, 30 Minuten Wartezeit. Gotthard Richtung Süden. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Wartezeit ca. 3 Stunden. Der Wetterbericht vom Deutschen Wetterdienst. Heute bleibt es regnerisch und wolkig. Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Achtung, in der Nacht Frostgefahr ab 2000 Meter. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage, morgen zuerst bedeckt und dann im Laufe des Tages sonniger, Temperatur steigend. Übermorgen sonnig und wärmer. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Passen Sie also gut auf sich auf. Es ist gleich 6 Uhr. Es folgen Nachrichten. In 5 Sekunden ist es soweit. 5, 4, 3, 2, 1. 6 Uhr. Das Neueste vom Tag. Hier noch ein Überblick über unser Morgenprogramm. Gleich nach den 10 Uhr Nachrichten hören Sie die Sendung Memo. Um 11 Uhr Klassik à la Carte und um 11.30 Uhr Flip, Flap, Flop, die Sendung für Jung und Alt. Experten und Expertinnen beantworten ihre Fragen direkt aus dem Studio. Das war der Titelsong von der neuen CD African Night. Und jetzt wie immer um diese Zeit die Konzerttipps. Dazu gibt es am Schluss auch noch Karten zu gewinnen. Also aufgepasst! Die Crash-Piloten spielen am Samstag im Odeon um 21 Uhr. Karten für 7 Euro. Türöffnung um 20 Uhr. Anna und die Band spielen um 22 Uhr im Zelt. Eintritt 5 Euro. Und die neuen Ärzte sind auch am Samstag live zu sehen im Rahmen des Festivals Rock gegen rechts. Wir verschenken 5 Karten für das Festival. Ruft an unter der Nummer 96 91 90. Wir kommen zu unserem Handy-Treff. Hallo, ich wünsche dir was. Hier die Nachricht von Tom. Hallo Sandra. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du es geschafft. Und die Ausbildung hinter dir. Super. War doch nicht so schwer, wie du gedacht hast. Nun beginnt ein neues Leben. Ich umarme dich. Und heute Abend feiern wir richtig. Ja, bitte? Entschuldigung, sind Sie Frau Brettschneider? Ja. Und Sie sind sicher Herr Rodriguez. Freut mich. Kommen Sie rein. Danke, gern. Schön, dass Sie da sind. Sie können die drei Monate hier wohnen. Das ist so ausgemacht mit der Firma. Sie machen ja eine Weiterbildung. Ja, danke. Ich zeige Ihnen jetzt die Wohnung, damit Sie wissen, wo was ist. Also, hier hinten links ist das Wohnzimmer. Das können Sie jederzeit auch benutzen, wenn Sie zum Beispiel fernsehen wollen. Gleich gegenüber geht es in den Keller. Da steht eine Waschmaschine. Die können Sie auch benutzen. Wenn Sie ein Fahrrad haben, dann können Sie das draußen im Garten lassen. Ich habe noch keins, aber vielleicht später. Gut. Und da rechts ist die Küche. Hier in der Küche können Sie Abendessen bekommen, wenn Sie wollen. Und bedienen Sie sich. Im Kühlschrank sind Getränke. Trinken Sie gern Bier? Ja. Ich freue mich schon auf das erste Bier hier in Deutschland. Wenn Sie sonst noch was möchten, dann sagen Sie es einfach. Also, das Frühstück bekommen Sie hier im Wohnzimmer. Immer ab sieben Uhr. Ich? Ja? Ich frühstücke nie. Ich trinke nur einen schwarzen Kaffee. Kein Problem. Wenn Ihnen der deutsche Kaffee schmeckt. Ihr Zimmer ist im zweiten Stock links. Da haben Sie einen Schreibtisch. Am Ende vom Flur finden Sie einen Kleiderschrank. Und wo leben Sie, wenn ich fragen darf? Ich selbst habe mein Zimmer mit meinem Bett im ersten Stock. Dann stören Sie mich nicht und ich störe Sie auch nicht. Da habe ich auch noch ein kleines Wohnzimmer. Da schläft Foxy, mein Hund. Mögen Sie Hunde? Im Moment ist das hier mein Zuhause. Ich studiere Medizin und brauche einen ruhigen Ort zum Lernen. Meine Wohnung ist hell und freundlich und niemand stört mich da. Ich habe ein Zimmer mit Bett und Schreibtisch, ein kleines Bad und eine richtige Küche. Ich koche sehr gern und ich finde es gut, dass ich die Küchentür zumachen kann, wenn ich will. Ich kann alles stehen lassen, wenn ich zu müde bin zum Spülen. Ich bin Maler und illustriere Kinderbücher. Weil ich zu Hause arbeite, brauche ich viel Platz und viel Licht. Vor drei Jahren habe ich mit meiner Freundin zusammen für wenig Geld eine Etage in einer alten Fabrik gemietet. Ein einziger großer Raum. Wir haben alles selbst renoviert und jeden Winkel geplant. Die meisten Möbel sind weiß und Wände und Fenster haben wir auch weiß angestrichen. Küche, Bad und Schlafraum haben wir abgetrennt. Endlich hat es geklappt mit der neuen Wohnung. Wir haben fünf Monate gesucht, bis wir diese Wohnung gefunden haben. Sie ist groß genug für uns alle. Mitten in der Stadt und trotzdem nicht zu laut. Und die Kinder sind in zehn Minuten zu Fuß in der Schule. Eine Einladung. Andreas, hast du die Karte gesehen? Petra und Uwe heiraten. Petra und Uwe heiraten? Wirklich? Ist das wahr? Warum nicht? Petra möchte schon lange gern ein Kind. Und sie lieben sich. Petra ja, aber Uwe, das kann ich nicht glauben. Ach komm, ich freue mich. Uwe ist wirklich nett. Ich finde es toll, dass sie heiraten. Ich ja auch, aber Uwe, das kann ich fast nicht glauben. Und wann ist das fest? Moment. Hier steht am 27. Juli. Das ist der letzte Samstag im Juli. Bist du sicher, Gabi? Am 27. Juli? Ja, warum? Weil ich hier für den 27. Juli noch eine andere Einladung habe. Von Technodata. Zehn Jahre Firmenjubiläum. Am gleichen Tag? Das ist aber blöd. Was machen wir jetzt? Ich weiß es auch nicht. Du kennst doch Frau Bayer persönlich. Vielleicht könntest du sie mal anrufen und... Was planen Petra und Gabi? Petra Wolf? Hallo Petra. Hier ist Gabi. Wir haben eure Einladung bekommen. Und da wollte ich dir sofort gratulieren. Danke Gabi. Das ist lieb von dir. Ich habe mich so gefreut, weißt du? Ich komme sicher. Aber Andreas hat noch ein Problem. Er würde auch gern kommen. Aber er hat noch eine andere Einladung. Technodata feiert Firmenjubiläum. Ach nein. Wirklich? So ein Mist. Ja. Wirklich blöd. Aber er sucht noch eine Lösung. Ich hoffe natürlich, dass wir beide kommen können. Aber sicher ist das noch nicht. Hoffentlich kann er kommen. Du, Gabi, noch etwas. Ich würde mir gerne ein schickes Kleid kaufen. Hättest du nächste Woche mal Zeit? Kommst du mit? Ja klar. Das mache ich gern. Wir könnten in diese Boutique in der Hussenpassage gehen. Wann hast du Zeit? Im Moment immer. Super. Montagnachmittag würde mir gut passen. Passt mir auch. Also, dann bis Montag. Ich hole dich ab. Einverstanden. Bis Montag. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Festvorbereitungen Gabi, könntest du mal kommen? Meinst du, das geht so? Ach nein. Andreas, bitte nicht. Willst du wirklich so zu einem Fest gehen? Warum nicht? Es ist Sommer und warm und... Das passt doch nicht zu einer Hochzeit. So kannst du nicht mitkommen. Petra und Uwe heiraten in der Kirche. Das ist ganz formell. Verstehst du? Was soll ich denn anziehen? Du könntest das dunkle Sakko nehmen. Und dazu die gestreifte Hose. Und welches Hemd? Das dunkelblaue natürlich. Und vergiss die Krawatte nicht. Die Krawatte? Ja, sicher. Am Abend beim Tanzen kannst du sie immer noch ausziehen. Andreas, findest du, dass die Schuhe zu dem Kleid passen? Super. Das sieht toll aus. Findest du wirklich? Und die Ohrringe? Die passen sehr gut. Du siehst super aus. Kompliment. Danke. Komm, dann gehen wir. Und das Geschenk? Hast du das Geschenk schon eingepackt? Ja, das liegt schon unten im Wagen. Feste So, dann wollen wir jetzt auf ein gutes neues Jahr anstossen. Ja, komm Eva. Zum Wohl. Ein gutes neues Jahr. Danke gleichfalls. Zum Wohl. Konrad, ein gutes Jahr wünsche ich dir. Viel Glück in deinem neuen Job. Danke. Ich kann's brauchen. Erich, dein Glas ist leer. Möchtest du noch Sekt? Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Petra. Zum Geburtstag viel Glück. Auf dein Wohl, Petra. Alles Gute, Petra. Herzlichen Glückwunsch, Petra. Das ist für dich. Das hat Gabi gemacht. Wow, ist das schön. Vielen Dank. Wie alt ist Petra eigentlich? Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Osterhaas, 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 komm mal her. Ich sag dir was. Hopse nicht an mir vorbei. Bring mir ein großes Osterei. Jubiläumsparty Das sind die Fotos von der Nordsee und hier habe ich noch ein paar Fotos von der Jubiläumsparty. Das war letztes Jahr im Sommer in Lindau. Ein tolles Fest. Wer ist denn die Frau mit dem roten Kleid? Meinst du die Angelika? Die mit den Ohrringen und den dunklen Haaren? Nein, die mit dem Halstuch und den blonden Haaren, die so lacht. Ach so, die Frau Kummer. Das ist die Assistentin von der Chefin. Und die Chefin? Ist die auch drauf? Ja, das ist die Frau daneben. Die mit der blauen Jacke und der weißen Bluse. Und der Halskette. Trinkt Orangensaft. Seriös wie immer. Und der Mann da? Der mit der Krawatte? Nein, der mit der Brille und dem dunklen Hemd. Bruno heißt er. Er ist Grafiker in der Computerabteilung. Sieht nett aus. Finde ich sympathisch. Ja, finde ich auch. Ich habe den ganzen Abend mit ihm getanzt. Wirklich? Das hast du mir gar nicht erzählt. Andrea Studer Ich bin Andrea Studer. Ich bin 22 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Bern. Ich bin ledig. Ich arbeite als Laborantin bei einem Pharmabetrieb. Ich habe zuerst eine Lehre gemacht. Die hat vier Jahre gedauert. Dann war ich drei Monate in England. Da habe ich richtig gut Englisch gelernt. Die Arbeit hier gefällt mir. Aber ich suche trotzdem eine neue Stelle. Ich möchte mehr mit Menschen arbeiten, denn ich mag den Kontakt. Meine Hobbys sind Schwimmen und Konzerte. Vor allem Open-Air-Konzerte im Sommer. Ich reise gern und interessiere mich für fremde Kulturen, besonders für Asien. Und das habe ich noch niemandem gesagt. Ich bin frisch verliebt. Mein Name ist Milan Czapek. Ich bin 24. Ich komme aus Tschechien und wohne seit zehn Jahren in Hamburg. Ich bin mit meinen Eltern von Prag nach Hamburg gekommen, weil mein Vater hier Arbeit gefunden hat. Meine Mutter hat sich nie richtig wohl gefühlt hier in Deutschland. Ich habe an der Fachhochschule für Informatik und Technik studiert. Dann hatte ich großes Glück. Ich habe gleich nach dem Abschluss eine Stelle bei Siemens gefunden. Da arbeite ich heute noch. Und privat? Ich bin geschieden und habe eine Tochter, die zwei Jahre alt ist. Ich sehe sie oft. Eine Woche lebt sie bei mir, eine Woche bei ihrer Mutter. Das geht gut. Meine Hobbys sind Fußball, Sprachen und Kunst. Ich gehe auch gern ins Kino. Und das habe ich noch niemandem gesagt. Ich bin verliebt, aber sie weiß es noch nicht. Eine Durchsage verstehen. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie im Intercity Express 183 von Stuttgart nach Schaffhausen, Zürich, Chur, Überhorb, Tottweil, Tullingen, Singen. Planmäßige Ankunft in Zürich um 14.50 Uhr. In Zürich haben Sie Anschluss nach Basel oder Bern. Dieser Zug verfügt über ein Bordbistro. Dort finden Sie Erfrischungen und Verpflegung ganz nach Ihrem Geschmack. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Wie bitte? Was hat der gesagt? Nach Singen? Zürich? Chur? Ich will nach Karlsruhe und von da nach Bern. Ich glaube, ich bin im falschen Zug. So ein Mist! Entschuldigen Sie, wo fährt der Zug hin? Sorry, I don't speak German. Pech. Und Andrea, was soll ich jetzt machen? Ich rufe Sie einfach mal an. Hallo, hier ist der Telefonbeantworter von Andrea Studer. Ich bin im Moment nicht zu Hause, aber ich freue mich auf Ihre Nachricht. Danke und bis bald. Zwei Geschichten Milan erzählt So was Dummes. Da bin ich am Freitag in Stuttgart doch wirklich in den falschen Zug eingestiegen. Das war eigentlich kein Problem, da die beiden Züge fast zur gleichen Zeit in Bern ankommen. Ich habe gedacht, Andrea merkt das schon. Als ich in Bern angekommen bin, keine Andrea. Ich habe gewartet und gewartet. Ich habe mindestens eine halbe Stunde auf einer Bank gesessen und habe links und rechts geschaut. Keine Andrea. Nirgendwo. Was sollte ich machen? Blöd. Sie ist vor kurzem umgezogen. Ich wusste nicht, wo sie wohnt. Ich habe nur ihre Telefonnummer gehabt. Dann habe ich sie angerufen, aber sie hat nicht abgenommen. Schließlich musste ich in einem Hotel übernachten. Zum Glück hatte ich meine Kreditkarte dabei. Am nächsten Tag habe ich Andrea dann noch einmal angerufen. Wo bist du? Hat sie gefragt. In Bern. Sie war erstaunt, dass ich schon da war. Sie hat gefragt, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Wir haben uns dann beim Bundeshaus getroffen und einen schönen Tag miteinander verbracht. Andrea erzählt. Milan ist endlich in Bern angekommen. Ich konnte es kaum erwarten. Er ist aus dem Zug gestiegen, hat gelacht und wir haben uns umarmt und lange in die Augen geschaut. Ich habe ihm dann die Stadt gezeigt und wir sind stundenlang durch die Stadt spaziert. Er hat immer seinen Koffer fest in der Hand gehalten. Ich durfte ihn nie tragen. Ich weiss nicht, warum. Als wir todmüde waren, sind wir in ein Café gegangen und haben erzählt und erzählt. Die Zeit ist vergangen. Wir haben nichts gemerkt. Plötzlich war es spät und er hat gesagt. Und du mit deinen Vorschlägen? Was machen wir jetzt? Wir haben überlegt. Ins Kino gehen oder tanzen. Am Schluss habe ich gewonnen. Wir sind in eine Disco gegangen und haben die ganze Nacht getanzt. Guten Tag, Herr Schmidt. Hier spricht Marco Scherer. Wie abgemacht, komme ich morgen um 16 Uhr bei Ihnen im Büro vorbei. Wir haben zwei Stunden geplant, wenn ich mich richtig erinnere. Leider kann ich nur bis 17 Uhr bleiben. Können Sie bitte Frau Pfister informieren, dass sie auch an der Sitzung teilnimmt? Ich danke Ihnen und bis morgen. Guten Tag, Frau Meinking. Da ist die Christiane Maurer von der Buchhandlung Bücherwurm. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass die Bücher, die Sie bestellt haben, angekommen sind. Wir haben morgen Samstag bis 18 Uhr offen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Die gewünschte Nummer lautet 2, 3, 6, 8, 7, 1, 0. Die Vorwahl lautet 0, 6, 3. Wünschen Sie weitere Informationen, bleiben Sie bitte am Telefon. Unser Museum ist vom 19. Dezember bis 6. Januar geschlossen. Wiedereröffnung 7. Januar. Die Öffnungszeiten im neuen Jahr. Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr. Samstag und Sonntag 10 bis 21 Uhr. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hallo Bernie, hier ist Marc. Danke für die Einladung für heute Abend. Leider kann ich nicht kommen. Ich habe meinen Spanischkurs. Wie sieht es morgen bei dir aus? Dann habe ich Zeit. Ich bin ab 17 Uhr frei. Ruf mich auf meinem Handy an. Oder schick mir eine SMS. Tschüss. Hier ist die Zahnarztpraxis Dr. Schweiger. Sie haben bei uns morgen einen Termin um 16.30 Uhr. Ich wollte Sie fragen, ob Sie den Termin verschieben könnten, da Dr. Schweiger morgen dringend weg muss und deshalb niemand empfangen kann. Geht es bei Ihnen nächste Woche? Rufen Sie uns bitte an unter der Nummer 091-887-4400. Danke und auf Wiederhören. Und hier noch die Staumeldung von 15 Uhr. Am Grenzübergang St. Margareten, Ausfahrt nach Österreich, 30 Minuten Wartezeit. Gotthard Richtung Süden. Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt. Wartezeit ca. 3 Stunden. Der Wetterbericht vom Deutschen Wetterdienst. Heute bleibt es regnerisch und wolkig. Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Achtung, in der Nacht Frostgefahr ab 2000 Meter. Die Wettervorhersage für die kommenden Tage, morgen zuerst bedeckt und dann im Laufe des Tages sonniger, Temperatur steigend. Übermorgen sonnig und wärmer. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 13. Januar. Passen Sie also gut auf sich auf. Es ist gleich 6 Uhr. Es folgen Nachrichten. In 5 Sekunden ist es soweit. 5, 4, 3, 2, 1. 6 Uhr. Das Neueste vom Tag. Hier noch ein Überblick über unser Morgenprogramm. Gleich nach den 10 Uhr Nachrichten hören Sie die Sendung Memo. Um 11 Uhr Klassik à la carte und um 11.30 Uhr Flip, Flap, Flop, die Sendung für Jung und Alt. Experten und Expertinnen beantworten ihre Fragen direkt aus dem Studio. Das war der Titelsong von der neuen CD African Night. Und jetzt wie immer um diese Zeit die Konzerttipps. Dazu gibt es am Schluss auch noch Karten zu gewinnen. Also aufgepasst! Die Crash-Piloten spielen am Samstag im Odeon um 21 Uhr. Karten für 7 Euro. Türöffnung um 20 Uhr. Anna und die Band spielen um 22 Uhr im Zelt. Eintritt 5 Euro. Und die neuen Ärzte sind auch am Samstag live zu sehen im Rahmen des Festivals Rock gegen rechts. Wir verschenken 5 Karten für das Festival. Ruft an unter der Nummer 96 91 90. Wir kommen zu unserem Handy-Treff. Hallo, ich wünsche dir was. Hier die Nachricht von Tom. Hallo Sandra. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du es geschafft. Und die Ausbildung hinter dir. Super. War doch nicht so schwer, wie du gedacht hast. Nun beginnt ein neues Leben. Ich umarme dich. Und heute Abend feiern wir richtig. Ja, bitte? Entschuldigung, sind Sie Frau Brettschneider? Ja. Und Sie sind sicher Herr Rodriguez. Freut mich. Kommen Sie rein. Danke, gern. Schön, dass Sie da sind. Sie können die drei Monate hier wohnen. Das ist so ausgemacht mit der Firma. Sie machen ja eine Weiterbildung. Ja, danke. Ich zeige Ihnen jetzt die Wohnung, damit Sie wissen, wo was ist. Also, hier hinten links ist das Wohnzimmer. Das können Sie jederzeit auch benutzen, wenn Sie zum Beispiel fernsehen wollen. Gleich gegenüber geht es in den Keller. Da steht eine Waschmaschine. Die können Sie auch benutzen. Wenn Sie ein Fahrrad haben, dann können Sie das draußen im Garten lassen. Ich habe noch keins, aber vielleicht später. Gut. Und da rechts ist die Küche. Hier in der Küche können Sie Abendessen bekommen, wenn Sie wollen. Und bedienen Sie sich. Im Kühlschrank sind Getränke. Trinken Sie gern Bier? Ja. Ich freue mich schon auf das erste Bier hier in Deutschland. Und wo leben Sie, wenn ich fragen darf? Ich selbst habe mein Zimmer mit meinem Bett im ersten Stock. Dann stören Sie mich nicht und ich störe Sie auch nicht. Da habe ich auch noch ein kleines Wohnzimmer. Da schläft Foxy, mein Hund. Mögen Sie Hunde? Mögen Sie Hunde?